Mal erläuft. Ist die Expo Real für A3 inzwischen ganz bedeutend? Schon immer bedeutend, aber immer bedeutender. Das ist für uns der wichtigste Event im Bereich des Standort-Marketings. Wir haben fast 20 Mitaussteller und in diesem Jahr auch mit einem neuen Standkonzept. Und von daher, ja, sehr, sehr wichtig, auch für die Zusammenarbeit in der Immobilienbranche und Sachen Immobilienmarkt auszubilden. Was ist das Schwerpunkt in diesem Jahr? Herausragend in diesem Jahr, und das kann man also auch am Stand sehen, ist das Thema Augsburg Innovationspark und Technologiepark Augsburg, Technologiezentrum Augsburg. Hier sind wir mit einem großen Modell am Stand, was in der entsprechend exponierten Situation auch zeigt, das ist der Schwerpunkt. Wir wollen damit einfach allen Gästen direkt auf den ersten Blick klar machen. Hier haben wir ein ganz großartiges Projekt am Standort, für das sicherlich auch in den nächsten Jahren hier noch Interesse am Stand und beim Publikum sein wird. Welche Erwartungen haben Sie für diese Messe? Irgendwelche besonderen Gäste? Wir haben bei den einzelnen Mitausstellern viele Termine. Unsere Lounges sind fast ausgebucht, was Gesprächstermine anbelangt. Wir haben jetzt keinen Special Guest, also keine Politik oder anderes mehr, sondern das Ganze ist hier schon Arbeitsmesser. Das heißt Termin, Termin, Termin. Und von daher ist es uns einfach wichtig, wie jedes Jahr, dass unsere Mitaussteller zufrieden sind, dass die ihre Gespräche hier finden, ihre Gesprächspartner finden, auch neue Gesprächspartner finden. Das ist für uns eigentlich das Wichtige. Und für uns als Veranstalter des Gemeinschaftslandes natürlich auch, dass unser neues Standkonzept mit einzelnen Countern für jeden Aussteller gut ankommt. Vielen Dank.